Der Sportreport heute. Eishockey. Slowakei gewinnt gegen Österreich 1 zu 0. Morgen spielt in der Regionalliga der Wiener Sportclub gegen die Donauauen. TSV 1860 spielt in der dritten deutschen Liga gegen Mannheim. Und der Lask hat gerade 0 zu 0 gespielt in der Konferenz League. Im Tennis ist Oberleitner in Ungarn in Schombasverat sehr erfolgreich. Alles Liebe.